Nächstes Thema wäre die Impfskepsis und Impfmüdigkeit. Etwas, was Ihnen aufgrund Ihrer Ausbildung natürlich sehr nahe geht. Wir haben in Wirklichkeit die Situation, dass etwa 60.000 Kinder unter fünf Jahren in Österreich entweder nicht ausreichend oder gar nicht geimpft sind. Dafür immer wildere Theorien und Internetseiten, die auf Impfskepsis und Impfmüdigkeit abzielen. Was tun Sie denn dagegen, um wieder mehr Menschen zum Impfen zu bringen? Also es ist tatsächlich eine Situation, die betrifft nicht nur Österreich, sondern wir lesen hier Berichte aus ganz Europa, Deutschland auch immer wieder, dass wir hier vor allem im Bereich der Masernzahlen nicht sehr erfreuliche Entwicklungen verzeichnen müssen. Wir haben knapp 80 Masernfälle heuer in Österreich. Das ist mehr als doppelt so viel wie das ganze letzte Jahr. Ich komme aus diesem Bereich. Ich bin eine Impfexpertin. Es ist mir natürlich ein großes Anliegen, dass wir diese Impflücken, die wir hier im Rahmen einer Studie analysieren haben lassen, schließen. Welche drei Impflücken orte ich hier? Wir haben hier Impflücken im Bereich der Babys und kleinen Kinder. Warum? Weil hier offenbar zu spät geimpft wird und zwar nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt, nämlich mit vollendetem neunten Lebensmonat, sondern diese Impfung oft verzögert, erfolgt im zweiten, dritten, vierten, oft erst im fünften Lebensjahr. Das heißt, in diesem Zeitraum sind die Kinder völlig ungeschützt. Und dass oft ungenügend geimpft wird. Wir brauchen zwei Masernimpfungen im Abstand von vier Wochen. Auch das entfällt meistens, weil die Menschen oft darauf vergessen, diese zweite Impfung zu machen. Das sind die Kinder. Das sind die Impflücken im Kleinkindesalter. Ganz großes Problem. Wir haben Impflücken bei den jungen Erwachsenen. Eine halbe Million der jungen Erwachsenen sind nicht zufriedenstellend gegen Masern geimpft. Das ist das zweite. Und wir haben eine dritte Lücke, nämlich im Bereich des Gesundheitssystems, im Bereich der Gesundheitsberufe. Und ich sage Ihnen, da schrillen bei mir schon die Alarmglocken, wenn wir hier wissen, dass von den heuer festgestellten 80 Masernfällen 15 Prozent, 1,5, 15 Prozent auf das Konto von Gesundheitsberufen geht. Diese Lücke wollen Sie jetzt schließen, denn hier können Sie sich auch eine Verpflichtung vorstellen. Ich möchte eingangs nur sagen, es ist für mich wichtig, dass wir unter den gegebenen Bedingungen, unter den gegebenen Fallentwicklungen nicht für eine generelle Impfpflicht sind. Das heißt generell nicht für die gesamte Bevölkerung. Ich glaube nicht, dass das das approbate Mittel derzeit ist. Aber sehr wohl nachzudenken wäre über eine verpflichtende Impfung im Gesundheitspersonal. Weil es darf nicht sein, dass sich Patienten und Patientinnen im Spital, bei Ärztinnen, bei Hebammen, bei Pflegepersonal oder Sanitäter anstecken, wenn es hier um eine impfpräventable Erkrankung geht. Da setze ich, was die Bevölkerung betrifft, auf Aufklärung. Das ist ganz wichtig. Wir haben die Masernkampagne jetzt vor wenigen Wochen neu gestartet, um diese Aufklärung hier in der Bevölkerung zu forcieren. Erstens. Und um die Menschen auch zu erinnern, sie zu unterstützen, um an ihre Impfung zu denken, vor allem die der Kinder. Stellen Sie sich vor, Sie haben drei Kinder. Sie sind wirklich ständig beschäftigt, irgendwelche Impfkalender zu prüfen. Und um diese Eltern auch hier zu unterstützen, rechtzeitig zu impfen, habe ich jetzt durchgesetzt, dass wir in den nächsten zwei Jahren den elektronischen Impfpass in Österreich umsetzen werden. Aber warum gehen Sie nicht den italienischen Weg? Das wissen Sie in Wirklichkeit. Dort wird eine Impfpflicht verhängt. Alle Kinder, die nicht geimpft sind, dürfen nicht in den Kindergarten und in die Schule. Es gibt Strafen bis zu 7.500 Euro, wenn Eltern das nicht machen. Und das kann auch die Obsorge entzogen werden. Schauen Sie sich die italienischen Zustände dann an nach einem halben Jahr? Oder kommt das für Sie diese Impfpflicht für Kinder überhaupt nicht in Frage? Und wie näher, warum nicht? Also erstens schauen wir uns an, wie gut das in Italien überhaupt am Ende wirkt, wie gut das implementierbar ist. Ich habe da so meine Zweifel. Ich glaube, in einer aufgeklärten Gesellschaft muss es möglich sein, durch gezielte, zielgruppenorientierte Aufklärung und nicht mit dem Zeigefinger hier die Menschen zu einer selbstbestimmten Impfentscheidung zu bringen. Und, Zitat, so viele wollen ja gar nicht verzichten auf die Impfung. Sie vergessen einfach darauf. Und deswegen sind so elektronische Impferinnerungssysteme wie der elektronische Impfpass hier eine sehr innovative Maßnahme, um diese Menschen zu erinnern. Hoppala, hier ist ein Impftermin für den Kind fällig. Hier ist die zweite Impfung fällig. Und es sagen Experten uns voraus, dass das zumindest die Impflücken im Kindesalter erfolgreich schließen wird. Aber können Sie sich vorstellen, zum Beispiel das mit den Sozialleistungen zu koppeln, dass man sagt, man bekommt Kinderbeihilfe, Familienbeihilfe nur, wenn eine ausreichende Impfung, ein Impfschutz für die Kinder da ist? Was derzeit gerade läuft, ist ja die fachliche Überarbeitung des Mutter-Kind-Passes. Und das, was ich schon einbringen werde in diesen fachlichen Prozess der derzeitigen Überarbeitung des Mutter-Kind-Passes, ist, dass wir hier das Thema Impfberatung hier inkludieren und aufnehmen werden. Das wird ein Vorschlag von mir sein. Müssen Sie nicht eigentlich in die Internetforen rein, wo teilweise sehr absonderliche, aber teilweise auch durch nachvollziehbare Fragen gestellt werden? Also es sind ja in Wirklichkeit die Impfgegner und die Impfskeptiker nicht alles dumpfgekommen. Sie wissen genau, das sind auch Ärzte, Wissenschaftler, Biologen. Ist es nicht notwendig, dass man genau dorthin geht, wo in Wirklichkeit diese Unwahrheiten, Ungenauigkeiten verbreitet werden? Das, was wir wissen, ist, dass der Kern der harten Impfgegner ein kleiner ist. Das ist die gute Nachricht. Das wissen wir aus Umfragen. Etwa vier Prozent der Bevölkerung sind absolute, strikte Impfgegner. Die kann ich auch mit der besten Aufklärung hier, auch wenn ich sie erreiche, über diverse Foren, nicht dazu bringen, hier eine andere Position zu beziehen. Unsere Zielgruppe sind die, die Sie jetzt angesprochen haben, die der verunsicherten Menschen, die verunsicherten Eltern, die eher skeptischen, die müssen wir mit einer gezielten Information erreichen. Und Sie haben recht, natürlich muss man hier auch die sozialen Medien dazu nützen. Das ist ein Weg, den wir derzeit diskutieren. Aber wenn Sie zum Beispiel sagen, ich hatte als Kind Mumsröteln, Scharlach, bin aber auch überlebt, warum soll ich jetzt quasi meine Kinder mit etwas impfen, wo ich nicht genau weiß, was da drinnen ist? Das sind die Fragen. Man muss sich ausführlich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Man muss sie ernst nehmen, diese Verunsicherung. Ich bin ganz bei Ihnen und ich habe sehr viele Beratungsgespräche auch in meiner Zeit als Ärztin hier mit Eltern und mit Erwachsenen dazu geführt. Und ich weiß, dass das oft ausräumbar ist, wenn man hier wirklich das Thema gut kommuniziert. Aber ich sage Ihnen, dieses Thema ist sehr kompliziert zu kommunizieren. Und da tun sich eben auch Kollegen und Ärzte, Ärztinnen oft schwer in der Impfaufklärung. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, wir müssen mehr das Thema des Impfens, der Immunologie, um zu verstehen, wie Impfen funktioniert, in die Ausbildungskataloge, in die Curricula der Ärzteausbildung, der Universitätsausbildung, der Mediziner und Medizinerinnen inkludieren. Ich habe unterrichtet an der Medizinuniversität, wie ich weiß, wie wenig Platz derzeit dieses Thema einnimmt. Und auch hier wäre ein Ansatzpunkt, wo wir auf jeden Fall hier das Wissen der Ärzte schafft, was Impfen betrifft, verbessern. Und ich sage Ihnen, wenn jemand besser informiert ist, kann er auch besser weiter informieren und beraten und überzeugend sein. Und genau darauf kommt es an.